Weißt du, also soll ich dir vielleicht doch den Text einblenden? Ähm, naja, kannst mir immer wieder sagen, wenn was los ist. Schauen wir mal, wie das aussieht. Ich möchte das Geld für diese Police ausbezahlt bekommen. Gib mir eine Riesenmenge Geld. Aber dies ist eine Lebensversicherungspolize. Du bekommst Geld, wenn der Policeninhaber stirbt. Nein, ehrlich, ich war tot. Richtig lange. Und jetzt geht es dir wieder gut. Hm, ja. Kannst du dieses Wunder irgendwie beweisen? Nun, Herr Neunmal klug. Nein. Dann sieht es so aus, als ob du nur meine Zeit verschwendest. Mach, dass du jetzt Land gewinnst. Ich versuche hier ein Geschäft zu führen. Ich glaube, es ist ganz gut so. Ja, was, jetzt haben wir den Vertrag abgeschlossen oder nicht? Wir haben die Versicherungspolize jetzt. Aber wir brauchen jetzt eine Bestätigung, dass ich tot war, damit ich Geld bekomme. Obwohl es ja eigentlich nicht ganz anders läuft im normalen Leben. Ja. Wir holen uns die Versicherung jetzt ganz schnell. Wie hast du das so schnell gemacht? Ähm, ich kann switchen. Mit Doppelklick, wenn ich einen Fall habe, dann braucht er nicht zu laufen. Ach so. Also, ich habe gerade Angst bekommen. Ja. Wenn nicht, dass es so hängt, dann könnte ich auch nicht die Texte lesen. So. Ja, ich habe, leider bin ich ja noch nicht tot gewesen. Also so richtig. Die haben hier noch nichts, was eine Versicherung bringt, da. Deswegen spreche ich nochmal mit ihm. Jetzt weiß ja, jetzt kannst du ja mitlesen. Und ich dachte nicht, dass das so wenig Platz nur wegnimmt. Im Intro sah es scheiße aus. Aber jetzt geht es scheinbar. Ach so. Das leere Glas nehme ich mit, wenn ich darf. Dieses Glas ist für meine Trinkgelder. Stell das zurück. Aber ich wollte gerade eine Menge Geld reintun. Mehr, als ich mit mir rumtragen kann. Deshalb wollte ich es mitnehmen und dann auffüllen. Oh, dann okay. Ja, jetzt habe ich ein leeres Glas. Perfekt. Das brauchen wir auch noch gleich. Hm. Guck ich nochmal, ob ich da rein darf. Ist das verschlossen? Ne. Immer noch verschlossen. Also, ja, wir haben jetzt das leere Glas. Wir haben praktisch, wir können jetzt das leere Glas benutzen. Das leere Glas mit was, ich probiere es, weil ich es selbst nicht mehr weiß. Ich kann das Glas nicht damit benutzen. Nein. Wo gehen wir denn hin? Weiß ich nicht mehr. Ach, jetzt weiß ich es wieder. Wir müssen mit ihm sprechen. Weil wir müssen ihm klar machen, dass wir ein echter Meistersuppe sind. Ja. Was wissen Sie über den verlorenen Ring von Blood Island? Ah, das ist ein sehr trauriges Kapitel in der Geschichte meiner Familie. Meine Grußtante, Mini Strone Meistersuppe, war ein gut situiertes Mitglied der Blood Island Gesellschaft. Ihre einzige Schwäche war ihre romantische Art. Sie hatte etwas übrig für Piraten und für einen davon ganz besonders. Er kam in den Hafen, sie verliebte sich auf der Stelle und innerhalb einer Woche waren sie verlobt. Dann, am Abend, vor ihrer Hochzeit, stahl er den fantastischen Meistersuppe-Diamanten von ihrem Ring und verkaufte ihn an Schmuggler auf der Totenkopfinsel. Sie trug den leeren Verlobungsring an ihrem Finger bis zu dem Tag, an dem sie starb. Wird ja nicht viel später war. Manche sagen, dass sie immer noch in der Gruft der Familie Meistersuppe spukt. Es ist eine traurige Geschichte, oder? Oh, Entschuldigung, ich habe nicht zugehört. Können Sie das wiederholen? Hau bloß ab, Sonnenkasten. Ich glaube nicht, dass wir uns kennen. Wer sind Sie? Muss ich glaube ich machen. Ich glaube nicht, dass wir uns kennen. Wer sind Sie? Ich bin Grießwald, letzter der Meistersuppes und Eigentümer dieses Hotels. Sie haben vielleicht von uns und unserem Suppenrestaurant Imperium gehört, das sich über die ganze Karibik erstreckt. Nun. Das war einst unser prächtigster Erholungsort. Aber es hat seine ganze Popularität verloren, nachdem die regelmäßigen Eruptionen von Mount Sudbrand aufgehört hatten. Also es geht jetzt darum... Moment, das hier. Ich dachte, wenn ich sterbe, werde ich bei Ihrer Tante beerdigt. Nun, ist das nicht einleuchtend? Man kann nicht in der Familiengruf der Meistersuppes beerdigt werden, wenn man kein Mitglied der Familie Meistersuppe ist. Ein Mitglied der Familie, was? Jetzt hier, guck mal. Onkel Griswald, ich bin es. Erkennst du mich nicht? Sie erkennen? Ich habe sie noch nie im Leben gesehen. Wie ist ihr Name? Wie heiße ich? Mit Kartoffel, Chemüse, Eintopf mit Schinken oder was? Wir machen Eintopf mit Schinken. Eintopf mit Schinken. Eintopf mit Schinken? Eigentlich ist mein Name Reinhold mit Schinken Meistersuppe. Eintopf ist nur ein Spitzname. Ich kann mich nicht an Verwandte mit diesem Namen erinnern. Schau mich an. Siehe ich nicht aus wie ein Meistersuppe? Jetzt, wo Sie es sagen? Sie erinnern entfernt an meinen Urgroßvater, Karl-Laum-Beer-Meistersuppe. Klammi? Die Leute zu Hause sagten mir immer, du bist dem alten Fresssack Meistersuppe wie aus dem Gesicht geschnitten. Wissen Sie, ich glaube, Sie haben recht. Aber ich frage mich, warum ich es nicht schon eher gesehen habe. Ich glaube, jetzt bin ich ein Meistersuppe. Ich könnte mich den ganzen Tag über die Geschichte der Meistersuppes unterhalten. Nun, das ist eine wunderbare Gelegenheit für uns, die alten Zeiten nachzuholen, was? Erinnerst du dich, als unsere Familie zum ersten Mal nach Blood Island segelte? Ich? Ja, ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ach ja. Wann war das noch? Äh, 14, 8, 7, 3, 30? 14, 133? 2? Nein. Ich kann nicht glauben, dass einer der Blutsverwandten, derer von Meistersuppe, das Erbe unserer Familie nicht kennt. Tja, jetzt hat er gerade Verdacht geschöpft, leider. Leider konnte ich es nicht lesen, weil es, wie ich ja vermutet habe, geleckt hat und ich habe eigentlich fast gar nichts gesehen. Achso. Ja, er hat mich gerade gefragt, wann so und so der Großvater auf dieser Insel ankam und wir konnten natürlich das ja nicht nennen. Und wieso hat er 2 gesagt? Weil er geraten hat. 2? Nein, 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 3, äh, 3, 33. So nett. Ich gucke mal auf, wie er das, äh, wir brauchen auf jeden Fall, ist das das Richtige? Es ist Band C und er ist größtenteils verdaut. Ich kann nur Seite 243 lesen. Ein Kompass ist ein magnetisiertes Metallstück, welches in einer Flüssigkeit schwimmt. Was für ein völlig belangloser Schund! Also, irgendetwas Magnetisches, was im Wasser schwimmt. Ja. Ich würde sagen, der Kühlschrankmagnet, das Glas und der Messbecher. Achso. Du willst den Kühlschrankmagneten mit der Nadel benutzen, um die Nadel zu magnetisieren. Das habe ich jetzt nicht gesagt, aber da ich es letztens im Physikunterricht gelernt habe, können wir es doch mal versuchen. Cool, eine magnetische Nadel. Das kann man ganz schwindelig, wenn man die ganzen Möglichkeiten bedenkt. Und dann willst du den Messbecher benutzen? Ich kann den Messbecher nicht damit benutzen. Ja, es schwimmt ja noch nicht. Ich möchte das nicht feststecken. Wir haben ja noch gar kein Wasser. Besorgen wir uns alles noch. Okay. So, wir brauchen irgendwie ein Buch, da habe ich immer ein Problem an, bei diesem Spiel, weil ich nicht weiß, wo ich das Buch bekomme. Hm. Ich möchte ein Drink. Vielleicht sterbe ich nochmal. Ich möchte ein Drink, bitte. Genau. Ich sterbe am besten nochmal und gucke, was passiert. Ich fürchte aber, wir kommen wieder im Falschen aus. Und jetzt trinke ich. Glück, du Glück. Wo sind die schönen Farben? Ist der Typ schon wieder tot? Nee, er tut nur so. Nein, dieses Mal bin ich mir sicher, dass er fertig ist. Oh, wenn du es sagst. Er ist ein furchtbar schwacher kleiner Junge, oder? Ich kümmere mich um ihn. Hallöchen. Was für eine Überraschung, dass du mal vorbeischaust. Siehst du, das ist genau das, wovon ich geredet habe. Tja, er hat uns in einen offenen Sarg gelegt. Super. Wir müssen Meistersuppe werden. Ja, und wie werden wir Meistersuppe? Genau, das ist die Frage. Hey, was für eine abgefahrene Geschichte ich zu erzählen habe. Ich war tot, aber ich lebe wieder. Wer will was davon hören? Menschen wie ihr verdienen es nicht, eine gute Geschichte zu hören. Ich guck mal kurz hier rein. Hier ist immer noch keine Lebensversicherung. Verarschung. Oh, da soll eine Lebensversicherung sein. Ja, da soll die Lebensversicherung sein, wenn sie denn mal da wäre. Also ich fürchte, wir brauchen noch einige Sachen. Ich wüsste jetzt nicht, dass man mit einem Holzbohrer durch die Tür kommt. Ich kann das Türschloss damit nicht aufbrechen. Oder mit einer Nadel. Ich möchte das nicht feststecken. Und versuch's hier auch zu machen, erzeugt es Schwingung und sie ist nicht mehr magnetisiert. Hehehe. Also, im normalen Autark, aber sonst weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Spiel gehandhabt wird. Was willst du denn machen? Ja, nee, du hast ja... Irgendwie gefällt es mir da, wo es ist. Oh. Wenn die Nadel gegen mir stößt, erzeugt es Erschütterung, dann ist der Magnetismus fort. Achso. Ob es im Spiel auch so übernommen wurde oder nicht, weiß ich ja nicht. Ich will die Magnetenabend nicht benutzen. Ich habe die Nadel magnetisiert. Nee, nee, wenn ich sie einmal magnetisiert habe, dann reicht mir das. Das ist aber falsch. Hehehe. Hehehe. Vor allem wird das ja immer schwächer, aber das wird im Endeffekt noch was, was wir unbedingt brauchen. Werden. Übrigens hier, der hasst Porzellan. Oh. Es ist aus Porzellan. Noch mehr Porzellan. Geht dieser Albtraum denn nie vorüber? Es ist aus Porzellan. Was war da dann so schlimm? Ja, er hasst Porzellan durch irgendein vorherigen Teil. Seitdem erwähnt er es immer, wenn er Porzellan sieht. So. Ja, wir müssen irgendwie halt hier in die Gruft reinkommen. Oh, ein Hund. Genau, der Hund. Ein alter Blindenplatz. Können wir hier was rein? Meißeln. Das ist nicht mein Job. Oh Mann. Er ist nicht sehr gesprächig. Also. Auch hier nichts zu machen. Ich stehe auf den Schlauch, ey. Unglaublich. Ich sagte ja, das geht mal ja nicht. Also, was machen wir? Wir gehen mal hier zum Strand. Und machen das, wofür wir gerade eben schon geschüftet haben. Wir füllen Wasser in diese Kuchenform. Diese Kuchenform würde hier nichts nützen. Diese Kuchenform würde hier nichts nützen. Ey, mach doch. Dann nicht. Soll ich es in ein Glas rein tun, dann das umfüllen, ich weiß es nicht. Das Salz im Meerwasser könnte die angeschraubte Metalloberfläche zerfressen. Hey. Na. Ich. Wie mache ich das? Ich weiß nicht. Na ja. Ähm. Ich möchte jetzt nicht umrüberkommen, aber es ist gerade 6.07 Uhr und ja. So. Ja. Hallo. Ja. Du musst los. Dann. Leider. Dann werde ich auf mich allein gestellt. Nur probieren, ob ich hier Land gewinne, ja? Tut mir leid. Macht nix. Aber schön, dass du dabei warst. Ja. Schön, dass du dabei warst. Ja, kein Problem. Nette Rätsel. Hm? Ja, nette Rätsel. Nette Rätsel. Die neue Insel ist echt groß und schwierig. Merke ich. Und ein, ja. Vulkanausbruch ist auch da. Ist schön. Das, äh, das, die Rätsel, die erstrecken sich eben über die ganze Insel. Und wenn man dann hin und her und hin und her geht, dann bekommt man nach und nach eben die Lösung zu diesen ganzen Rätseln. Ah. Na ja. Okay. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Ado. Ciao. Ciao. Also, ja. Ado ist weg. Wir machen weiter. Das heißt, wir. Ja doch. Ich und ihr. Klar. Wir machen weiter. Das heißt, nicht, dass ich jetzt alle Rätsel löse. Das wäre... Das ist nicht komisch, oder? Aber hier gibt es nichts mehr. Ich muss es jetzt chronologisch erklären. Ich stehe gerade echt... Aber das ist mir fast jedes Mal, wenn ich das hier... Ich hänge immer an der Stelle. Wer geht zum Leuchtturm? Da wollen wir nicht hin. Da müssen wir noch nicht hin. Oder komm, wir gehen mal hin. Vielleicht ist da wirklich noch was, weil ich vergessen habe. Junge, ist das windig hier oben. Ich kann jetzt auch die Untertitel wieder ausmachen. Bei I hört das ja im Endeffekt. Hmm, nein. Also hier ist nichts. Wir sehen nur, der Leuchtturm ist kaputt. Das heißt, wir können wieder untersteigen. Das wird jetzt ziemlich schwierig für mich. Natürlich können wir es offscreen machen und gucken, so lange, wie ich die Lösung finde. Aber ich möchte schon, dass ihr es mitbekommt. Ich habe gerade was eingesteckt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mir Broschüre mitnehmen kann. Da steht, besuche Big Whoop für eine Ewigkeit der Pein und Qual. Ich meine, Spaß und Frohsinn. Wenn du ein Pirat mit stabiler Wirbelsäule und hoher Schmerztoleranz bist, jedoch ist hoher Schmerztoleranz durchgestrichen und durch Verlangen nach Abenteuer ersetzt worden, dann ist Big Whoop genau das Richtige für dich. Besuch Big Whoop. Sofort. Es sind keine Bilder oder Karten drauf. Da steht nur, es ist ein Heidenspaß. Ehrlich. Das war wieder eine Anspielung auf den zweiten Teil, weil da war er auf der Suche nach Big Whoop und ist dann in einen Vergnügungspark gekommen. Und ja, da ging alles drunter und drüber, deswegen. Wie schon gerade eben noch erwähnt, ich brauche ein Buch, ein Bauchrednerbuch oder sonstiges, wo ich Informationen rausnehmen kann. Mann, ich muss hier irgendwie rein. Das muss doch klappen. Kann ich gegenhauen. Ich kann das Türschloss damit nicht aufbrechen. Das Türschloss aufbrechen. Kann ich das nicht mit der Nadel? Ich möchte das nicht feststellen. Nee, kann ich nicht. Ich möchte die Asierseife. Das braucht nicht eingeseift zu werden. Das Schmiergel. Das habe ich auch noch. Ich kann das Türschloss damit nicht aufbrechen. Ich rede nochmal mit ihm, bis er mir vielleicht doch ein Buch gibt. Ich könnte mich den ganzen Tag über die Geschichte der Meistersuppes unterhalten. Ich bin immer noch nicht überzeugt. Jeder Meistersuppe ist bestens über unsere noble Familiengeschichte informiert. Wenn sie etwas über unsere Familie gewusst hätten, hätte ich ihnen geglaubt. Also wir müssen tatsächlich was über seine Familie wissen. Sonst geht es nicht. Ich mache mich auf den Weg, den rustikalen Charme von Blood Island zu erkunden. Nur wo kriege ich dieses Buch her, verdammt? Ich habe hier keine Lebensversicherung. Und kein Buch. Und sonst? Ich habe richtig viel dabei dafür. Diesen Deckel. Da, ich habe Löcher reingestochen. Den kann ich schon mal löchern. Was Ardo noch meinte, da hat es schon irgendwie off gemacht. Schon toll los, was weiß ich. Er meinte zu mir, man könnte eventuell den Korken mit der Nadel benutzen, die mir am Magnetisiert ist. Ich probiere es trocken aus. Ich weiß es wirklich nicht mehr auf das ging. Unvorstellbar, aber gerade ist mein Spiel abgestürzt. Deswegen dieser kleine Schnitt. Und ich habe kein Tor. Jetzt. Tja, gerade im Moment, wo ich diese beiden Dinge verknüpfen wollte, da sind sie. Der Korken und die Nadel. Probieren wir es aus. Okay. Es klappt. Ah, du, du hattest recht. Dein Vermechten ist der Korken mit der Nadel. Sehr gut. Den kann man aber noch nicht benutzen. Sondern das brauchen wir noch für später.